Warum soll man sich impfen lassen? Wir sollten uns impfen lassen, weil auch junge Leute einen schweren Krankheitsverlauf haben könnten. Und diese schweren Krankheitsverläufe haben auch oft Spätfolgen, die dann unsere zukünftige Gesundheit beeinträchtigen können. Das heißt, wir könnten neurologische Spätfolgen haben, wir könnten eine Lungenfibrose kriegen, das heißt, wir werden lebenslang Atembeschwerden haben und es ist ja auch kurze Zeit. Wir wissen noch nicht, was alles auf uns zukommen kann in der Zukunft.